Vielen Dank, lieber Herr von Heiden, für die überaus freundliche Einleitung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich habe sehr gerne die Einladung angenommen, auf diesem Symposium sozusagen die Einführung zu halten. Denn Finder ist, ich zitiere, eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die für eine wissenschaftlich fundierte, ethische und nachhaltige Praxis von Prävention und Gesundheitsförderung steht. In dieser Zielsitzung kann ich mich selbst in meiner Arbeit der letzten Jahrzehnte auch gut aufgehoben fühlen. Und deswegen, glaube ich, gehören wir hier auch gut zusammen. Mir geht es heute in diesem Vortrag darum, Ihnen den Zusammenhang Ihrer konkreten Arbeit und der Gesundheit der Bevölkerung zu verdeutlichen beziehungsweise in Erinnerung zu rufen. Es geht mir also um die Antworten auf die Frage, welchen Beitrag leistet oder kann leisten eine Organisation wie Finder mit ihren Angeboten und Programmen und Projekten für ein langes und gesundes Leben der Bevölkerung. Die Frage, die Sie selber angeschnitten haben, das ist dann nicht nur im Hinblick wichtig, Modellversuch ausrollen, sondern es ist eben insgesamt, was heißt Gesundheit der Bevölkerung zu beeinflussen. Public Health beschäftigt sich ja bekanntlich mit der Frage, welchen Einfluss unterschiedliche Faktoren des Verhaltens und der Verhältnisse auf die Gesundheit haben. Und das untersuchen wir in Public Health ja nicht primär am Individuum, sondern an der Gesundheit und Lebenserwartung der Bevölkerung. Und wenn man also die Gesundheit der Bevölkerung im Blick hat, sollte man sie auch zunächst einmal in den Blick nehmen. Also die Gesundheit in reichen Gesellschaften, ob ich da von Deutschland oder anderen reichen Ländern rede, macht keinen allzu großen Unterschied. Durch eine Reihe gemeinsamer Faktoren gekennzeichnet, die insgesamt sozusagen das Aufgabenfeld von Public Health fokussieren und konturieren helfen. Die Lebenserwartung steigt um ein bis zwei Jahre pro Dekade. Man vergisst es immer, seit der Wiedervereinigung werden wir im Durchschnitt nicht wegen. Seit der Wiedervereinigung fünf bis sechs Jahre älter im Durchschnitt. Das ist eine Menge. Und diese ältere Bevölkerung wird auch immer gesünder älter, im Durchschnitt jedenfalls. Das ist entscheidend wichtig, das Wort Durchschnitt. Das liegt daran, dass Menschen im Durchschnitt später in die Phase der chronisch degenerativen Erkrankungen kommen, die wahrscheinlich im letzten Lebensdrittel bis auf weiteres unvermeidbar sind. Und dass dieser Prozess schneller abläuft, als am anderen Ende die Lebenserwartung steigt. Dadurch sinkt rechnerisch gesehen die Anzahl der zu versorgenden Jahre. Und wir nennen das Compression of Morbidity. Und das ist kein kleines Ding. Wir haben im Sachverständigenrat Gesundheit der Bundesregierung ausgerechnet, wie groß der Unterschied im Hinblick auf die Anzahl der Pflegebedürftigen bis 2050 ist. Ich finde Pflegebedürftigkeit und Vermeidung von Pflegebedürftigkeit einen durchaus interessanten Indikator für den Erfolg von Prävention. Und da kamen wir darauf, dass das 400.000 sind. Und zwar jetzt nicht Fantasie, sondern der Unterschied, wenn ich linear die Morbidität und Mortalität heute extrapoliere, linear, und wenn ich, dann habe ich eine bestimmte Anzahl, und wenn ich darunter mir ausrechne, wenn die heute bereits empirisch messbaren Ergebnisse von Compression of Morbidity so weitergehen, dann haben wir im Jahre 2050 eine Differenz von 400.000 weniger Pflegebedürftigen. Das wäre schon ein Ziel, was der Arbeit der Edlen wert wäre. Aber woran werden denn die Leute krank? Also wo müssen wir ansetzen? Dann stellen wir fest, dass wir zwar 600 Millionen Behandlungsfälle in Deutschland haben, die sich auf 10.000 Diagnosen beziehen, aber das Dreiviertel der Erkrankungen, und zwar der Erkrankungen und der Sterbefälle und der Kosten auf ganz wenige chronisch-degenerative Krankheitsgruppen zurückzuführen, sind erster Herz-Kreislauf, zweite Krebs, dritte Muskel-Skelett-Erkrankungen, viertens chronisch-obstruktive Lungen-Erkrankungen und mit den stärksten Steigerungsraten die psychischen Erkrankungen. Das ist sozusagen die Wolke, an die wir ran müssen. Und diese Krankheiten haben vieles verschieden, aber sie haben eins gemeinsam, sie haben alle sehr hohe präventive Potenziale. Präventives Potenzial nenne ich eine Krankheit, eine Gesundheitsstörung, die eintritt, obwohl sie biologisch nicht notwendig wäre, obwohl sie vermeidbar wäre, obwohl sie nicht in diesem Lebensabschnitt eintreten müsste oder verschoben werden könnte. Das sind sozusagen die ersten vier Merkmale der Gesundheit in reichen Gesellschaften und daraus folgt das Ziel von Präventionspolitik, ist die Verhinderung bzw. Verzögerung der Manifestation chronisch-degenerativer Erkrankungen. Kommen wir jetzt aber weiterhin mehr Richtung Zielgruppen, also ein bisschen konkreter. Erstmal muss da eine Illusion ausgeräumt werden. Man liest immer, dank der modernen Medizin werden wir immer älter. Nichts ist falscher als dieses. Von den Gesundheitsgewinnen der letzten Jahrzehnte erklären sich maximal, ein Drittel durch Fortschritte der Medizin und Verbesserung der Krankenversorgung, und zwei Drittel erklären sich eben andersrum. Das erklären sich durch Faktoren, die nicht im Bereich der Medizin liegen. Das heißt, es fallen lauter auf den Gesundheitsgewinne an, weil wir ja alle immer durchschnittlich älter werden. Und diese Gesundheitsgewinne, die jährlich anfallen, sind stabil, ungleich verteilt. Und die sozialbedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen ist groß, kommen gleich auf Zahlen, und nimmt in den meisten Ländern so auch in Deutschland zu. Und ich darf sagen, Pandemien und Klimawandel und erst recht Kriege sind immer Ereignisse, die gesundheitlich und lebenserwartungsmäßig ungleichen Impact haben und immer die Armen erst treffen. Und jede Epidemie in der Geschichte der Menschheit hat irgendwo angefangen, aber dann verlässlich geht sie die soziale Stufenhalte runter und betrifft vor allem die, die unten sind. Wissen wir also sozusagen, große Gesundheitsunterschiede heißt sofort, naja, die Menschen in Unterschichten, die können halt nicht richtig mit der Gesundheit umgehen, rauchen, saufen, wenig bewegen, keine gute Stressverarbeitung. Alles richtig. Es gibt ein raskanteres Gesundheitsverhalten in Unterschichten, aber das erklärt weniger als die Hälfte der sozialbedingten Unterschiede. Man kann das mit dem Konzept der Attributable Risks gut zuordnen und kommt dann zu sagen, über die Hälfte beruht auf anderen Faktoren, nicht auf Verhaltensfaktoren, also grob gesprochen sozusagen alle Felder von Public Health sind angesprochen, auch zentral das Feld soziale Teilhabe. Das heißt sozusagen in Verschärfung der Aussage aus der ersten Folie kann man sagen, substanzielle Verbesserungen der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung sind primär zu erreichen durch Erfolge bei der Prävention chronisch-degenerative Erkrankungen in den unteren Sozialschichten, also durch Verminderung der sozialbedingten Ungleichheit. Also auf Deutsch kurz gesagt, wir müssen eine Öffnung der Compression of Morbidity für die Unterschichten hinkriegen. Das ist sozusagen ins Zentrum. Jetzt wollte ich ein paar Worte sagen zur Ungleichheit, weil das immer wieder auch für mich selbst eindrucksvoll ist. Das ist seit 40 Jahren ein Thema, was mich aufregt, muss ich sagen, und nicht aufzuregen aufhört. Das ist sozusagen, man sieht, dass die Ungleichheit der Gesundheitschancen sich über den gesamten Lebensverlauf, über die gesamte Biografie entwickelt. Und wir sehen hier auf der linken Seite die physische Gesundheit. Wir sehen da, die blauen sind immer die aus dem niedrigen Sozialstatus und die grünen aus dem oberen. Und wir sehen bei Jungen und Mädchen, dass der allgemeine Gesundheitszustand eben bei Kindern aus der sozialen benachrichtigen Schichten zwei- bis dreimal sind die da, ist der Gesundheitszustand schlecht oder sehr schlecht. Noch auffälliger sind die ja wesentlich höheren Quoten bei der psychischen Gesundheit. Und die psychischen Auffälligkeiten steht da gar nicht. Also links ist, wollte ich sagen, allgemeiner Gesundheitszustand und rechts ist physische Auffälligkeit. Mir steht da auf der Folie nicht. Sorry. Fehlt was, ist ein Fehler. Und das sind jetzt die Kinder von drei bis 17. Und natürlich geht das dann im wachsenden Alter genauso weiter. Hier ein bisschen anders gruppiert, links die Männer. Und da sieht man ganz links den allgemeinen Zustand. Und da auch wiederum immer der Abstand, zwar das zwei- bis dreifache unten gegenüber der Betroffenheit oben. Und das gilt auch für Diabetes hier als Leitbeispiel für chronisch-degenerative. Und das gilt auch für depressive Symptome als Leitbeispiel für psychische Gesundheit. Und bei den Frauen sind die Unterschiede eher noch ausgeprägter als bei den Männern. Aber sozusagen diese zwei- bis dreifache Betroffenheit ist als Standard. Und das führt dann auch natürlich zu anderen Lebenserwartungen. Mit 65 Jahren sind 14 Prozent der Männer tot, die das anderthalbfache des Medianeinkommens haben. Ab dann gilt Wohlstand. Aber es sind schon 27 Prozent der Menschen tot, die weniger, 60 Prozent oder weniger des Medianeinkommens haben. Und bei Frauen sind die Differenzen ähnlich. Wiederum das Bild ungefähr doppelt. Und das ist eben auch dann bei der Gesamtbestrachtung der Lebenserwartung nicht anders. Hier sind die Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Also hier links die Lebenserwartung Männer. Knapp neun Jahre lebt ein Mensch länger, wenn er 150 Prozent oder mehr des Medianeinkommens hat und gegenüber einem Menschen, der 60 Prozent oder weniger, also an oder unter der Armutsgrenze, lebt. Bei Frauen ist die Debatte, ist die Differenz etwas kleiner. Aber man muss ihnen zurechnen, dass dieses Nicht-Öffnen der Compression of Morbidity für die unteren Sozialschichten bedeutet, dass die im Durchschnitt, ein Mensch aus den unteren Sozialschichten, dreieinhalb Jahre mehr an chronischer Erkrankung hat in seinem Leben. Das heißt, die ohnehin kürzere Lebensphase wird noch durch dreieinhalb Jahre mehr chronisch-degenerative Erkrankung sozusagen verkürzt oder beschädigt. Und das heißt eben, das heißt dann IgG in guter Gesundheit, Lebenserwartung in guter Gesundheit, arme Menschen, arme Männer, 58 und reich und wohlhabende Männer, 70, bei Frauen 62 und 69. Wer ist das nun? Wenn wir schon über Zielgruppen reden, müssen wir aber wissen, wer ist denn das? Und da gibt es zwei Herangehensweisen, die auch oft durcheinandergeworfen werden, deswegen zeige ich sie beide. Ich kann entweder fragen, in welcher Gruppe sind die meisten Menschen arm. Dann komme ich darauf, dass Erwerbslose zu fast 60 Prozent an oder unter der Armutsgrenze liegen, Alleinerziehende fast über 40 Prozent, kinderreiche Familien, Kinderreichtum in Deutschland ist ein reales, hartes Armutsrisiko, ein Viertel Menschen mit geringer formaler Bildung, Menschen mit Migrationshintergrund jeweils 30 Prozent. Aber diese Zahlen sagen nichts daraus, wie sich die Armut in der Gesellschaft verteilt. Das ist jetzt hier aus unserem Paritätischen Armutsbericht, glaube ich, 2021. Und da stellt man nämlich fest, von den Armen in Deutschland sind 33 Prozent arbeitende Bevölkerung. Das sind prekär Beschäftigte, Aufstocker und sind fast ein Viertel Rentner, Rentnerinnen und Rentner. Das ist etwas, was gerne übersehen wird, sozusagen, dass die Armut, wenn man nicht fragt, wie viel Prozent einer Gruppe sind arm, das war die erste Frage, sondern man fragt, wie viel Prozent der Armen gehören unterschiedlichen Gruppen an, dann kommt man zu diesen Zahlen und sieht, ich kann jetzt nicht einfach nur die kinderreichen Familien aussuchen, sondern ich habe ein sehr viel weiteres Feld, muss eben auch die arbeitende Bevölkerung, Minijobs, prekär Beschäftigte sehen. Bislang war ja also jetzt in meinem Vortrag die Rede davon, dass der Platz auf der gesellschaftlichen Stufenleiter sehr wesentlich den Gesundheits- und Lebenserwartung bestimmt. Jetzt kommen wir noch an, leider, muss ich sagen, weil das wird dadurch nicht unkomplexer, ein Schritt weiter, es ist nicht nur der Platz auf der Leiter, die in meinen Lebenserwartungen und Gesundheitserwartungen bestimmt, sondern auch die Länge der Leiter selbst. Der von mir sehr geschätzte Sozialempödemiologer Richard Wilkinson hat gesagt, man hat doch die spontane Annahme im Kopf, wenn so viel Geld haben mit Gesundheit zusammenhängt, dann müssen doch die Länder, wo das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf am höchsten ist, müssen dann am gesündesten sein. Und hat das hier so aufgetragen, hier auf der Abscisse Life Expertency, auf der Ordinate, das nationale, also das BIP pro Kopf. Und was kommt raus? Nichts, es ist eine Wolke, daraus kann man überhaupt nichts ersehen, dass da, weiß man ja nun gar nichts, also als Sozialwissenschaftler ist man kreuzunglücklich, wenn man so ein Ergebnis hat. Und dann hat er das aber gesagt, jetzt sortieren wir es nicht nach BIP pro Kopf, sondern nach einem Gini-Koeffizienten, also nach der Verteilung. Und dann kommt dieses raus, dann kommt eine sehr, sehr klare Regressionsgrade raus, die zeigt sozusagen, die egalitärsten Länder im Einkommen, immer noch Japan, sind am Spitzen mäßig am besten und die ungleich verteiltesten Länder Portugals sind am schlechtesten drauf. Und er hat dann eben nicht nur Geldeinkommen miteinander verglichen, sondern er hat auch gesagt, was macht diese Geldverteilung eigentlich mit anderen Indikatoren, und kommt dann auf das, was da links neben dem Kasten steht, also je weniger Ungleichheit haben, desto höher die Lebenserwartung, desto besser die Kenntnisse in der Bevölkerung, also von schulischen Erkenntnissen, desto niedriger die Säugnis- und Kindersterblichkeit, desto weniger Mord und Totschlag, desto weniger Menschen im Knast, desto weniger zu frühe Schwangerschaften, desto mehr, und das ist für die Entwicklung der Gesellschaft zentral, Vertrauen, desto weniger hinwiederum Übergewicht, desto weniger psychische Gesundheit, und je weniger Ungleichheit, desto höher die soziale Mobilität, und die soziale Mobilität ist, wir wissen, ein ganz zentraler Variable, wenn wir über gesellschaftliche Entwicklung reden. Und das ist jetzt nicht trivial, in dem Sinne, dass die Menschen, die Gesellschaften, wo die Verteilung ungleicher ist, halt mehr Arme sind, und die deshalb früher sterben, nein, nein, in Schweden lebt sogar ein Mensch der gehoben, der oberen Mittelschicht, wo ich mich ungefähr einsortieren würde, auch sechs bis acht Monate im Schnitt länger. Das heißt, es ist eine Entwicklung, die allen zugute kommt, und die nicht nur sozusagen Wohltätigkeit ist, sondern im Grunde genommen ein verantwortungsvoller Umgang mit Zukunft. Der Jürgen Wilkinson, ein Freund klarer Worte und Symbole, hat es dann auf diesen Punkt gebracht, sozusagen, je größer die Einkommensungleichheit, desto mehr soziale Probleme haben wir. Das ist richtig, aber ich möchte an der Stelle sagen, das ist kein Aufruf zum Kommunismus, das ist eigentlich immer sozusagen abzuwägen, wie viel Ungleichheit brauchen wir, um Leistung und Besonderes anzureizen und zu belohnen. Das will keiner abschaffen, aber wie viel Gleichheit brauchen wir, um den Zivilisationsstandard zu halten, den wir haben. Und in dieser Disscheid mir eben, dass die Gleichgewicht nicht mehr gegeben zu sein. Wenn man das wirklich ernst nimmt, was ich da jetzt vorgetragen habe, dann ist man unmittelbar bei dem Konzept von Health in All Policy. Das ist ein Konzept für die öffentliche Gesundheit in allen Sektoren, die systematisch die Auswirkungen von Entscheidungen auf Gesundheit und Gesundheitssysteme berücksichtigt, Synergien sucht und schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit vermeidet, um die Gesundheit der Bevölkerung und gesundheitliche Chancen gleich zu verbessern. So die WHO 2013. Wenn man dieses wirklich ernst nimmt, dann ist es natürlich so, dass dann Arbeitsmarktpolitik Gesundheitspolitik wird. Denn ich beeinflusse die Gesundheit der Bevölkerung damit. Arbeitspolitik, also Arbeitsgestaltung, inklusive Schichtarbeit und wer arbeitet mit wem und in welcher Arbeitszeit, ist natürlich in hohem Grasse Gesundheitspolitik. Steuerpolitik, Umverteilung, Einkommenssteuer, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Übergewinnsteuer, ist alles immer auch Gesundheitspolitik. Auch die Sozialpolitik, wenn man sie von den Betroffenen her zu denken beginnen würde, wäre dann eine echte Gesundheitspolitik, Bildungspolitik eh, kein Kind bleibt zurück, wirklich beim Wort zu nehmen. Familienpolitik, also Kindergrundsicherung, das alles wäre dann Gesundheitspolitik. Und immer wieder kommt der alte Traum, lassen wir doch so, wie wir an jedem Bundesgesetz unten einen Absatz zwingend dranhängen haben, Umweltverträglichkeitsprüfung, was macht dieses Gesetz mit der Umwelt? Könnte man ja auch sagen, was macht das Gesetz mit der Gesundheit? Eine Gesundheitsverträglichkeitsprüfung steht in vielen, vielen Wahlprogrammen drin, das noch nie umgesetzt werden. Ich will in dem Kontext nur auf einige Fahre hin deuten, Health and All Policies höre ich viel, ganz oft, aber höre ich auch auf der Ebene kommunaler Projekte. Das ist ja auch irgendwie berechtigt, aber Health and All Policy, wenn man es von der Sozialepidemiologie betrachtet, ist eben sehr viel mehr, als wenn ich auf kommunaler Ebene das Grünamt, das Jugendamt, das Gesundheitsamt mit der NGO zusammenbringe, was schwierig genug ist, das weiß ich, also die sozusagen zu einer Kooperation, aber es ist, man sollte dieses große Konzept nicht mit so kleiner Münze verscherbeln, das wäre mir zu schade. Hier steht dann nochmal, dass auch die Weltbank, ein völlig unverdächtiger Akteur, Health and All Policies prima findet und richtig findet und bin damit an dem Punkt, wo ich sagen kann, wir haben gesehen, dass die großen Kräfte aus der Einkommensverteilung, den Verhältnissen der Arbeitswelt, den Arbeitsmarkt, Wohnverhältnisse, die Gesundheit der Bevölkerung wesentlich beeinflussen. Wenn man da politisch eingegriffen würde, dann könnten wir sehr positive Ergebnisse für die Gesundheit der Bevölkerung erwarten. Könnten wir, können wir aber nicht, weil die eben nicht als Felder der Gesundheitspolitik gesehen werden. Aber selbst wenn sie das würden, hieße das nicht, dass die politischen Kräfte, die diese Felder beherrschen, sozusagen sich einem gesundheitspolitischen Argument unterordnen würde. Das ist einfach nicht zu erwarten. Da kommen wir dann wirklich an die Ebene des politischen Kampfes in allen seinen Formen. Ja, also das heißt, die kausale Verminderung sozialer Ungleichheit ist ein, glaube ich, für uns zu hohes Ziel. Man muss es fordern und Feinde und solche Akteure sind hochlegitimiertes zu fordern, weil sie im Problemfeld drin stecken. Sie können es sicherlich nicht lösen, überheben sich immer. Aber was sie trotzdem können, und das ist eben die Kompensation durch Prävention und Gesundheitsförderung, das ist nicht zu verachten. Das ist kein kleines Feld. Da sind riesige Erfolge zu erzielen. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Wir haben ja den Grundsatz, auch im Gesetz, dass Prävention und Gesundheitsförderung den Gesundheitszustand insgesamt verbessern und dabei insbesondere einen Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit leisten sollen. Die Wissenschaft hat da, Sozialwissenschaftler sind ja super Worteerfinder, das Wort proportionaler Universalismus gefunden. Das heißt, alle kriegen was, aber die, die mehr brauchen, kriegen auch mehr. Also so heißt es eigentlich auf Deutsch. Und dem spricht ja auch diese Logik des Paragraph 20 SGB V, wo es heißt, Prävention soll insbesondere einen Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit leisten. Hier ist es nochmal im Kontext mit den zentralen Gestaltungsaufgaben der Gesundheitspolitik gestellt, so wie ich sie sehe. Also einmal, wir brauchen nachhaltige Strategien und Interventionen, die ohne Diskriminierung, insbesondere bei sozial benachteiligten Menschen, die Manifestationen chronisch degenerativer Erkrankungen vermeiden oder verschieben. Und wir brauchen Interventionen, die das Leben mit chronischer Krankheit qualitativ verbessern. Das zweite rede ich hier nicht. Ich bleibe beim ersten Thema und frage mich aber dann, was verbessern wir? Also wovor reden wir eigentlich, wenn wir von Gesundheit reden? Ich bin da Traditionalist. Ich bleibe bei der guten alten WHO-Definition von 1948. Nach der Gesundheit, der Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen ist. Ich sage das, weil die anderen, es gibt schon hunderte Definitionen, das Schweigen der Organe finde ich poetisch wunderbar, aber auch mir zu wenig. Oder die Abwesenheit von Behandlungsbedürftigkeit, so wie es das SGB V sieht, ist mir auch zu eng. Und dagegen gegen WHO wird immer gesagt, das ist ja Utopie. Natürlich ist das Utopie. Wir brauchen ja auch Leuchttürme nicht, um dagegen zu fahren, sondern sozusagen, wir brauchen ein Leuchtturm, um zu wissen, entfernen wir uns oder nähern wir uns dem Ziel. Dafür ist ein Leuchtturm da. Und insoweit ist die WHO-Definition für mich der Leuchtturm. Und es ist auch ein empirischer Grund. Menschen, die in diesem Sinne Wohlbefinden haben, egal in welchem Alter, haben aber die beste Chance, gesund alt zu werden. Das ist auch wirklich nicht, wenn man kleiner anfängt, und sagt, es geht nur um die Abwesenheit von Behandlungsbedürftigkeit, kommt man da gar nicht hin. Wenn ich jetzt Gesundheit beeinflussen will, dann muss ich fragen, wo kommt die denn her, und wie wird sie beschädigt? Und da gehe ich eigentlich in Übereinstimmung mit den meisten moderneren Gesundheitstheorien davon aus, dass es eine Divalence, die immer perkäre, immer ringt der Mensch um Homöostase zwischen Gesundheitsbelastungen und Gesundheitsressourcen. Und die kann ich natürlich auch wieder in Schubladen teilen, physische, psychische und soziale, wobei das immer ein Schein ist, weil wir sind als Menschen unhintergehbar bio-psychosoziale Einheiten und die Aufteilung in Schubladen ist eine erste Sortiermaschine, aber nicht, um wirklich etwas zu verstehen. Und natürlich will man die Belastungen senken und die Ressourcen erhöhen. Physische Belastungen sind natürlich Rauchen, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, viel zu viel Alkohol, Schichtarbeit, Lärm und auch eine Behinderung ist ja keine Krankheit, sondern eine gesundheitliche Belastung. Oder psychische, was ist das, Überunterforderung, Ausschluss, Pessimismus, Exklusion erleben. Das sind die psychischen Belastungen und soziale ist dann eben das, was die Gesellschaft dazu leistet, Ausgrenzung, Mobbing, Diskriminierung, Teilhabe, Hürden. Bei den Ressourcen ist klar, physische Gesundheitsressourcen, guter Trainingszustand, gute Ernährung, guter Schlaf und so weiter. Bei den psychischen und sozialen Gesundheitsressourcen würde ich gerne ein bisschen länger verweilen. Um sich erst mal zu fragen, wozu brauchen wir eigentlich Gesundheitsressourcen? Das ist ja nicht nur, um abstrakten Gleichgewicht herzustellen, sondern wir brauchen sie, um die psychischen und physischen Bewältigungsmöglichkeiten von Gesundheitsbelastungen zu erhöhen. Also man nennt das heute modisch Resilienz. Darum geht es, also resilienter zu werden gegen Belastungen. Zweitens brauchen wir Gesundheitsressourcen, um Handlungsspielräume zur Überwindung von gesundheitlich belastenden Verhalten zu vergrößern. der Teilzeitprofessor hat erheblich bessere Chancen, sich das Rauchen abzugewöhnen, als die Schichtarbeit Mutter, mit der allein zwei Kinder gleichzeitig erzieht. Das ist klar. Und Ressourcen braucht es, um sich aus der eigenen schlechten Situation zu befreien. Ein anderes Leben vielleicht anzustimmen. Und da gibt es aber nun zwei Sorten von Gesundheitsressourcen. Da kommen wir teils zurück, was ich eben gesagt habe. Das sind die objektiven Bildung, Einkommen, Handlungsspielräume für die Gestaltung des eigenen Lebens und Zugang zu sozial hilfreichen Netzen. Das sind wohl die stärksten sozialen Determinanten. Das ist aber ebenso wie mit hier, mit Health in All Policies. Da kommen wir durch Gesundheitspolitik nicht ran, obwohl es da am effektivsten sein könnte. Aber es gibt eben auch die subjektiven Gesundheitsressourcen. Das ist das gute und stabile Selbstwertgefühl. Das ist das erfahrungsgespeiste, wissenrelevante Teile der Umwelt erkennen und beeinflussen, so wie dies erlernen zu können. Das ist die Erfahrung von Gegenseitigkeit in stabilen, auf Unterstützung ausgerichteten Beziehungen und Netzwerken. Nicht nur, dass ich Hilfe habe, wenn ich brauche, wichtig genauso für den Menschen, ist es zu wissen, ich werde gebraucht, wenn mich jemand braucht, werde ich gerufen. Und die Erfahrungen von Zielerreichungen sind. Das ist so meine Zusammenfassung von Antonowski und den 150 anderen Gesundheitstheorien, die es da gibt. Das kann man sicher auch anders formulieren, bin ich auch gar nicht dogmatisch. Aber sozusagen der Witz ist ja, dass diese subjektiven Gesundheitsressourcen bei sozial benachteiligten deutlich weniger vorkommen als bei Wohlhaben. Ich kann nur sagen, diese subjektiven Gesundheitsressourcen, wer in Wohlstand auflebt, aufwächst, kriegt die von alleine. Da braucht man nicht viel zu tun. Aber wenn man in anderen Umständen aufwächst, ist das nicht selbstverständlich. Und dann fragt sich eben, kann man das fördern? Und da sind wir bei der Erörterung mit der subjektiven Gesundheitsressourcen sehr nah dran, an Gedanken und Konzepten zur Lebenskunst. Und ich freue mich, dass auf Ihren Vortrag, lieber Herr Schmidt, ich kenne, weiß ich, ob das hier Opus Magnum ist, mit sich selbst befreundet sein. Das habe ich zu Gänze mit großem Gewinn für mich gelesen und halte es für eine sehr gute Idee von Feinder, uns mal zu poolen, sozusagen mal zu gucken, was dabei rauskommt. Ja, das waren die Gesundheitsressourcen. Wie kann man die nun fördern? Jetzt kommen wir wieder auf den Boden der einfachen Sachverhalte zurück. Man kann Primärprävention eigentlich auf drei Ebenen betreiben. Man kann sagen, ich richte mich an das Individuum oder ich richte mich an die Lebenswelt oder ich richte mich an die ganze Bevölkerung und ich kann sie in Kolumnen aufteilen. Dann kann ich sagen, die eine kommt mit Informationen, Aufklärung und Beratung hin und die andere sagt, nee, das wirkt nicht, sondern ich muss zugleich auch das Setting, die Lebenswelt, die Verhältnisse angehen, in denen sich dieses Verhalten entwickelt hat und abspielt. Und natürlich gibt es für alle diese sechs Felder, nee, für die unten für diese Esstmeer Obst gibt es keine Evidenz für irgendwas, aber für alle fünf für anderen gibt es irgendeine Form von Evidenz von Wirksamkeit. Meine Plädoyer, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht so ganz feinderkonform, aus meiner Überzeugung spielt die Musik unten rechts, also bei betrieblicher Gesundheitsförderung als Organisationsentwicklung, Settingprojekte im besten Sinne in Schule, Stadtteil, Altenheim, Freizeiteinrichtungen mit hoher Partizipation und Veränderung der Verhältnisse in den Institutionen. Oder ebenso gute Kampagnen wie die HIV-AIDS-Kampagne, die Trim-Dich-Kampagne, etwas, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren bei Corona bitter vermissen mussten, denn das war Public Health pur, Regierung ordnet an, Bürgerin folgt. Und wir sind aber natürlich weitergekommen in den letzten Jahren, denn diese Lebensweltprävention, also rechts unten hier, ist ja sozusagen im Gesetz auch verankert, da gibt es sogar eine Legaldefinition seit 2015, Lebenswelten sind die für Gesundheit bedeutsamen, abgrenzbaren sozialen Systeme, insbesondere des Wohnens, des Lernens, des Studierens, der medizinischen und pflegerischen Versorgung, sowie der Freizeitgestaltung einschließlich des Sports. An der Formulierung sieht man schon, welche Lobbygruppen da alle rumgebohrt haben. Und immerhin für diese Lebensweltprävention darf und sollen und müssen die Krankenkassen pro Jahr 300 Millionen Euro pro Jahr ausgeben. 200 Millionen dürfen sie für Verhaltenskram, Verhaltenskurse ausgeben, vorwiegend von der Mittelschicht in Anspruch genommen und dann auch gerne oft. Aber wir fanden das alle einen super Vorschlag. Es gibt herbe Kritik an der Umsetzung der Kritik und deshalb eine lebhafte Diskussion zur Novellierung des Präventionsgesetzes. Das muss ich jetzt alles hier weglassen. Ich wollte auf das Konstrukt der Lebenswelt noch kurz eingehen, weil das mir auch im Schluss, also konzeptionell im Zentrum steht. Lebenswelt ist ein definierter und für die Nutzerinnen wichtiger Sozialzusammenhang, also nicht, wo sie mal zufällig rumrennen, entweder gekennzeichnet durch formale Organisation, dann reden wir über Kita-Schule, von mir aus auch über Knast und Kasernen, das ist auch regionale Situation, dann reden wir über Stadtteildorf, Kiez, Quartier, gleiche Lebenslage, dann reden wir über Arbeitslosigkeit, Migrationshintergrund, Rentnerdasein oder gemeinsame Werte, Präferenzen, dann reden wir über Religion, dann reden wir aber auch über sexuelle Orientierung und generell kann man sagen, leichter ist es in Lebenswelten zu intervenieren, die durch formale Situationen, Organisationen und regionale Situationen gekennzeichnet sind, aber es gibt Ausnahmen, die ganze hocherfolgreiche HIV-Prävention war dadurch fokussiert, dass es sozusagen den Fokus gemeinsamer sexueller Orientierung gab, die dann auch bei den schwulen Männern zur Entwicklung, Gestaltung und auch zur präventiven Gestaltung von Lebenswelten geführt hat. Da soll nun interveniert werden und jetzt ist das eigentlich auch im Gesetz so festgestellt, das soll eigentlich eine systemische und partizipative Intervention sein und ich unterstelle diesem hochmöbenden Kreis, dass ich den Unterschied zwischen systemisch und systematisch nicht erklären muss und es soll partizipativ sein und das heißt nach dem guten alten Grossmann-Skala, dass wir eigentlich als Profis in Lebenswelten, in Menschengruppen intervenieren, dann passiert da irgendwas, das können wir und sollen es auch gar nicht genau kontrollieren oder zu steuern versuchen, dann müssen wir den Eigensinn der Menschen schon nicht nur tolerieren, sondern eigentlich noch fördern und dann kommt eben irgendwas unten raus, was wir nicht so genau vorhergesehen hatten und das muss man billigen, weil sozusagen der gibt kaum einen Punkt in sozialer Praxis, wo dieser Satz, dass der Weg das Ziel ist, sozusagen mehr Wahrheit hat. das Entdecken, dass die Welt veränderbar ist, das Entdecken, dass man gestalten kann, dass ich nicht hinnehmen muss, wie das alles ist, ist vielleicht wichtiger als der konkrete Output. Dann sollen natürlich, das gehört dazu, systemische und partizipative Interventionen heißt, dass Ziele und Aktionen durch die Stakeholder, das heißt wesentlich Nutzerinnen und Nutzer selbst definiert werden und das Ziel dabei ist, dass sie sich die Wahrnehmung von sich selbst, von ihrer Umwelt verändert und sich dadurch ihr Verhalten auch verändert und sie dadurch auch bereiter sind, an der Struktur Veränderung teilzunehmen und das Ziel ist natürlich, weil das immer weitergehen muss, lernende Organisation. Was heißt das denn nun für die konkrete Durchführung? Die Aufgabe der Professionals ist auf keinen Fall in solchen Aufgabenprojekten Edukation. Sie sollen sich wirklich die Finger davon halten und auch nicht Lob und Tadel verteilen, sondern das Ziel ist Ermutigung, die Förderung von Interaktionen untereinander und in Gruppen, die Ermöglichung von Aktionen und die Unterstützung der Zielgruppen durch Anwaltschaftliche Interessenvertretung, Information und Herbeischaffung der materiell-technischen Mittel. Und bei den Zielgruppen geht es um Gottes Willen nicht um Gesundheit. Also die guten Interventionen haben eigentlich nicht mal Gesundheit im Titel. Da geht es um ganz anderes. Es geht ja darum, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, was befähigt Menschen eigentlich ihre Gesundheit, sich selbst in dieser Umwelt wahrzunehmen, ernst zu nehmen, für veränderbar zu halten. Und deswegen ist die primäre Orientierung auf nicht rauchen und tausend Schritte oder was, kann man machen, aber kann man auch bleiben lassen. Das ist kein großer Unterschied. Es geht eben hier direkt um die Förderung der subjektiven Gesundheitsressourcen. Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, Reziprozität, Gegenseitigkeit, soziale Verankerung, Zuversicht und auch um reale Verbesserung. Die meisten Projekte, die ich kenne, ist die reale Verbesserung bei betrieblicher Gesundheitsförderung, neue Lüftung, neuer Schichtplan, auch prima. Aber ich weiß als Gesundheitswissenschaftler nie, was ist jetzt eigentlich wichtiger, dass sie den Prozess gemacht haben oder dass sie eine neue Lüftungsanlage gekriegt haben. Das ist nicht leicht zu entscheiden. Leides ist wichtig, ganz klar. Und das ist eben auch eine Herangehensweise, dass sich von der alten Präventionslogik verabschiedet. Die alte Präventionslogik war, Wissen, ich pumpe Wissen in die Köpfe, bis sie platzen, oder fast bis sie platzen, dann ändert sich die Einstellung und wenn sich die Einstellung, die Attitude geändert hat, dann verändert sich auch das Verhalten. Dies hier geht andersrum vor. Wir machen erst mal verändernde Praxis. Guckt euch an, wie eure Umwelt ist, was wollt ihr besser machen und was wollt ihr anders haben. Und durch die These und vielfach empirisch bestätigt ist, dass das sehr viel stärker zu einer Einstellungsänderung führt als bloße Informations- und Aufklärungsstrategien. Und dass dann ein Riesenbedarf an Informationen kommt. Dass die Knowledge hinten dann von selber kommt. Wie hängt das alles zusammen und wie machen wir das? Also das ist weniger an Pavlov sozusagen, um es jetzt überspitzt zu sagen, sondern mehr an Paolo Freire, Kurt Lewin, oder Oskar Negt, um so ein paar Leitsterne zu nennen, die da Wichtiges getan haben. Und natürlich kommt, wenn man solche komplexen Interventionen hat, die Frage der Wirksamkeit. Wie beweisen wir, dass das wirksam ist? Wir machen solche Interventionen im Kindergarten im Grunde genommen mit der Vorstellung, dadurch die Wahrscheinlichkeit des Herzinfarkts 60 Jahre später zu mindern. Und das ist eine hohe Aufgabe, so etwas zu beweisen. Ich kann das auch nicht. Es gibt diese wunderbaren Konzepte von zusammengesetzter Evidenz, das finde ich alles total interessant, aber ich weiß, dass ich da, wenn ich dieses Modell vertrete, immer mir den Einwand einhandeln muss. Junge, wo ist deine Evidenz für die Wirksamkeit? Und deswegen bin ich hochgespannt, Sie werden das auch nicht lösen können, Frau Debock, aber ich bin hochgespannt, was Sie uns zum Thema Wirksamkeit beitragen haben. weil das ist natürlich einfach auch für die politische Durchsetzbarkeit ein Riesenhammer, dass man sozusagen kann, wir können das plausibel machen und dann greift man zu Hilfsachen, die Leute sind hinterher total gut drauf, aber das ist nicht das Wichtige, ob die total gut drauf sind. Das Wichtige ist der Herzinfarkt in 50 Jahren und wie man das beweist, das ist halt ein offenes. Ja, wir sind, ich habe jetzt sozusagen diese Zweiteilung, Makro, Herzinfarkt Policies, Mikro, Lebenswelt Interventionen, mir ist wichtig, dass man das auseinanderhält, in vielen Grauch-WHO-Dokumenten wird es immer furchtbar miteinander gemanscht, dass man gar nicht mehr weiß, wovon reden die jetzt alle und jede WHO-Deklaration kann man auch als, wenn man sie scharf liest, als Aufforderung zur Revolution lesen, muss es aber nicht, sie ist zugleich auch extrem soft, das ist der Charakter internationaler Organisationen, aber sozusagen diese generell zu sagen, jawohl, wir können auch nicht die Verantwortung für die Ungleichverteilung von Ressourcen in dieser Gesellschaft übernehmen, dafür sind wir nicht verantwortlich, wir sind aber verantwortlich, dass wir unseren Job gut machen und das sind gute Projekte in Lebenswelten. Und dabei haben wir immer ein kleines Problem, was mein Kollege Hagen Kühn 1993 so schön auf den Punkt mit dem Darwinischen Gesetz der Prävention, Survival of so fit ist. Sie überleben eben nicht im Konkurrenzkampf die Interventionen, die besonders wirksam, die besonders toll sind, sondern sie überleben die, was fit heißt, fit heißt angepasst, die am besten an ihre politisch- antipolitisch-ökonomische Umwelt, in der wir leben, angepasst sind. Und dann ist es eben total easy, wenn ein neues Gesundheitsproblem kommt, erst mal die Mediziner zu fragen, selbst bei einer Pandemie fragt man dann nicht die Public Health, sondern die Virologen und macht das erst mal ein bisschen stärker ist, schon Verhaltensmodifikation, kann tausendmal gezeigt sein, dass die wenig Wirksamheit, man macht sie immer wieder, weil es so schön ist. Schwieriger schon durchzusetzen sind Lebensweltinterventionen und wie gesagt, aus meiner Sicht für unser Fach oder unsere Community unerreichbar sind die Veränderungen der sozialen und ökonomischen Bedingungen, obwohl genau das eben upstream denken, den wir uns so verpflichtet fühlen, dokumentieren würden. Als ich 1966 nach Berlin kam, zum Studieren, da stand das immer an den Wänden. Seid realistisch fordert das Unmögliche. Und das ist auch ein guter Satz. Also weil, wenn man so wie ich 40 Jahre in dem Bereich rumtont, ist man immer sozusagen einerseits von den Konzepten begeistert und von der Praxis tief frustriert. Das ist einfach so. Und damit muss man auch psychisch irgendwie fertig werden. Und dann habe ich mir so diesen Korridor irgendwie ausgesucht. Also ich finde das total richtig, das Unmögliche zu fordern, weil es ja objektiv nicht unmöglich ist. Das sind alles menschengemachte Sachen, die könnten von Menschen verändert werden. Aber sie sind so. Und Health in All Policy ist eben heutzutage ein schöner Traum, aber keine politisch gelebte Realität. Aber es ist richtig, das zu machen. Ich habe dann gelernt, dass es nicht ein Graffito von Berlin ist und auch nicht Paris, wo es dann gesagt hat, sondern es kommt ursprünglich von Che Guevara, habe ich mir sagen lassen. Die untere Wand des Korridors ist dann die Auffangwand sozusagen, dass es besser ist, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu beklagen. Und ich sehe jedes Projekt, was in diesem Feld gemacht wird, sehe ich als Kerze. Und viele Kerzen machen mehr Licht als eine Kerze. Und irgendwann wird die Dunkelheit dann auch so leid überwinden sein können, dass man auch das Unmögliche nicht nur fordert, sondern vielleicht auch umsetzt. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen viel Kraft, Durchhaltevermögen und den notwendigen Schuss Humor. Ohne geht es gar nicht. Danke.